Einen guten Arsch gefickten Morgen, du geiles Stück Scheiße. Erkennst du mich wieder? Ich habe eine Frage an dich. Was ist der Unterschied zwischen dir und ner fetten Ladung Yarax-Soße? Richtig. Es gibt keinen. Du liegst immer noch im Bett wie ne Ladung Wichser auf der letzten Nacht. Stell dir vor, du liegst so im Bett und dann so hast du schön bis 4 Uhr Apex Legends gezockt und um 36 Kilometer Becker für Arbeit, gell? Und dann kommt er hier. Einen guten Arsch gefickten Morgen, du geiles Stück Scheiße. Erkennst du mich wieder? Ich habe eine Frage an dich. Was ist der Unterschied zwischen dir und ner fetten Ladung Yarax-Soße? Richtig. Es gibt keinen. Einen wunderschönen Arsch gefickten Morgen. Was ich auch stark finde, ist dieser Sound am Anfang. Einen guten Arsch gefickten Morgen. Da, 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 da. Da, 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 da.